BAM BAM! Jetzt weiter geht's mit Raymo! BALADAM! Oh, hier bist du Maus! Da rausst du! Aus dem Twitch schon! Ganz vergessen! BAM! BALABAM BAM! Ja, wenn man neu startet, als wir fast mit haben wir dann wieder 2 leben. Anstatt mit allen weiter. Das einzige Vorteil daran! BAM BAM! BAM! Aber nicht der Level-Design-Trafik! Die Fusselbälle da vorbei! Alle Feen hier wieder vorbei! Raben vorbei? Oh Gott, Raben! Ja... Oh, guck mal was! Was gut ist! Pils! Ich brauche Pils! Ja, komm! BAM BALABAM! BAM BALABAM! BAM BALABAM! BALABAM! Ach, komm! Äh... Die roten... Geister-Nerven-Zug-Tiere... Äh... Geister-Feen! Ich meinte die Feen... ...Nerven zu... ...Gerne... ...und... 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 ...wir wollen gleich noch... ...und... ...aber ich will den Raden hier besiegen... ...jum... ...und... 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 ...wuch... ... Rabb... ...pup... ...up... ...upp... ...und ein großes Pinz da! Oh, wunderbar! Und hier einmal hier unten, bitte. Danke. Wir wollen am Heruf. Danke. Und hallo Windmacherin. Ich muss nur die G-Animisieren mal gucken. Also wüsste ich eigentlich den Namen hier. Ach komm. Danke. Und hoch auf die Leiter. Dann hier drauf. Ach, geschafft. Epic Skilling Jump. Nein. Ach, hoch. Ja, ein Geister hier. Warum sage ich hier mal Geister? Dann gehen vorbei. Gut. Ja, danke für den Kurs. Ach, du Scheiße. Cutman Stage. Hahaha. Oh. Das habe ich wohl getroffen. Oh, und einmal. Jumpman. Ja, das Cutman Stage. Eindeutig. Wow. Knappe. So, was kommt hier? Laterne. Laterne? Gott. Ja. Oh, das gibt's ja auch. Wüthene Laternen. Oh, die ist noch kaputt. Warum geht's gut? Mach kaputt. Brauch ich nicht. Oh, die machen damage. Ich brauche einen Pilz. Ich brauche einen Pilz. Ich brauche einen Pilz. Ich brauche einen großen. Ich brauche einen großen Pilz. Oh, Mon-Up. Ja, besser ist gar nicht. Das sind's Mon-Ups. Pilz, 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 Pilz. Pilz. Danke. Oh, wir wollen einmal hier uns rein. Weil hier gibt's was Nettes. Ja, was Nettes. So, warten wir auf. Cool. Am hochspringen. Wir haben jetzt einen E-Tank bekommen. Den zweiten. Sollte uns ein bisschen... ...entgegenkommen. Bam, pala, bam. Palabam. Du stirbst auch mal die Laterne. Palabam, bam, pala, bam. Ba, pala, pala. Na. Ja, nochmal für Freunde. Lass mal bitte sterben. Danke. Da. Und die blaue Feder raus drüggern. Und jetzt ging die schon wieder. Hallo, Windmacher. Oh, oh. Raum stört sich runter. Palabam, bam. Gut, alle gute Dinge sind drei. Bam, pala, bam. Ah, du. Oh. Oh. Die nachfolgende Sendung dauert 16 Minuten, äh, 60 Tage später. So, und jetzt. So, vier. Nein, bitte. Danke. Ach, lass mich noch treffen. Na, ob ich jetzt noch ein bisschen Energie fange? Nee, brauche ich nicht. Danke. Bam, balabam. Hab ich doch mit dem Schrung mal geschafft? Cool. Mein weißt, sofort mal einfach nur runter zu rennen. Balabam, balabam. Hallo, Big Eier. Ja, komm. Und hier ankugeln. Oh, Gott. Komm, stirbst du jetzt mal? Danke. Oh, das wird was gleich. Oh, wir sind jetzt bei Ramo angekommen. Ich hoffe, ich schaffe das, weil ich habe nicht ihre Schwäche. Sie wären jetzt aber wirklich die Geister gewesen. Äh, bam, bam. Ja, komm. Und er hat einen fetten, festen Pattern, also... ...total random, alles. Ah, komm. Oh, auf die Kugel muss man hier auffassen. Komm, Larisa. Ich glaube jetzt! Ich habe keine Fähigkeit von Marisa bekommen. Mann, wie ist ein Element? Oh, was für ein Epic-Fight, ey? Das hast du getreut davon. BAM 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 Maybe it's a god, yingang strike. I feel like this guy might bring me luck. So, schreibe ich schnell noch das Passwort auf, wenn ich den Stift finde. Wenn ich den Stift finde! Achtung! Alles unverbreitet! ... ... ... ... da 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 so noch die letzten drei stück noch da ich weiß es ist ein bisschen langweilig ist aber gut so aufgeschrieben und weiter geht's mit mit jemandem so drei besiegt, fünf noch zu machen so das nächste was ich machen werde ist Emilia Scarlett also bis dahin